Unterstützung zur Erhaltung der Insektenvielfalt. Das ganze Projekt oder dieses ganze Patenschaftsgefüge ist entstanden durch einen Beitrag in einer Fachzeitschrift, wo ein bayerischer Landwirt quasi gesagt hat, okay, das Volk hat ein Volksbegehren unterschrieben zum Erhalt der Artenvielfalt und ich möchte dem Volk die Möglichkeit bieten, das auch aktiv tun zu können in Form von Patenschaften. Die Fläche an sich ist 2,2 Hektar groß, das sind ungefähr vier Fußballstadien. Momentan ist noch nicht viel los, weil halt noch nichts blüht. Wir haben nachher, wenn Phazea blüht und alles so ein bisschen in Gang kommt, finden wir halt von Hummel über Biene, über Wespe, über Mückenfliegen, alles Mögliche. Es ist jetzt gut ein Jahr her, also anderthalb Jahre, als Hendrik mich ansprach, was ich denn davon hielte, eine Blumenwiese anzupflanzen. Ich war im Prinzip sofort gern dabei und ich sowieso im Prinzip für gute Lebensmittel, für nachhaltige Produkte, für, ja gut, Beispiel wäre unser Edeka-Markt, bekommt auch Ökostrom und ich bin im Prinzip auch, ich lebe das auch, es ist also nicht nur Marketing das Ganze, sondern das lebe ich schon. Und naja, so kam das dann und wir haben das halt über unsere Werbung, über unseren Handzettel und über die Möglichkeiten im Markt Plakate zu hängen und Hendrik war dann auch mit dem Trecker selbst da und hat die Leute dann angesprochen. Wir haben das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht letztes Jahr und mit großem Erfolg. Selbst bin ich natürlich auch Pate oder Pächter oder bin da natürlich mit von der Partie und finde, das ist eine ganz wichtige Sache und auch für niemanden irgendwie, ich habe keine Arbeit damit, also ich brauche die Blumen nicht pflanzen, ich kann mich, kann hinfahren, kann mich daran erfreuen und vor allem, man tut wirklich was ganz Wichtiges für, für die Bienen und für die Insekten. Hendrik's Vater, das war mein Handballtrainer vor gut 30 Jahren, also kennen die Böe jetzt schon ganz lange. Und als ich den Laden eröffnete, war klar, dass ich da auch die Eier verkaufe und dass ich auch, was sie nun mal so haben, Nudeln und Eierlikör und Schinken und was es da nicht alles für schöne Sachen gibt hier im Hofladen, Das vertreibe ich natürlich auch alles. Und ja, passt einfach von der Chemie und von diesem regionalen Gedanken und von der Frische halt. Wir haben im vergangenen Jahr damit angefangen, haben dann auch gut die Hälfte der Patenschaften im ersten Jahr direkt verkauft gekriegt. Dieses Jahr haben wir so angefangen, dass wir uns für das vorherige Jahr bei den Paten mit einem Glas Honig bedankt haben, ein kleines Schreiben verfasst haben, wo wir dann nochmal so ein bisschen auch unsere Erfahrungen aus dem Blick der Landwirte wiedergeben und da im Endeffekt dann die Möglichkeit geboten haben, wieder Pate zu werden. Das haben sehr viele Leute in Anspruch genommen. Einige Leute sind noch neu dazugekommen und ja, so sind halt jetzt auch schon wieder gut die Hälfte der Patenschaften vergeben und wenn man Pate werden möchte, kann man das gerne bei uns im Hofladen für die Leute, die eher offline unterwegs sind und wer online eine Patenschaft abschließen möchte, kann das über unsere Homepage hofladen-böje.de machen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.